Barbara, du gipfst. Wieder eine Party. Nimm dir das in den Kopf. It's my party. Schön laut. Gut. Damit sie nichts von dem erfährt, wer denn nun zur Party kommt. Als erster kommt Bernhard. Du bist ein Tennisschiedsrichter, der aber das Spiel total scheiße findet. Das ist nicht einfach. Das zweite kommt Tätje. Tätje, du bist ein Stripper. Aber, 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 dir ist aber total übel. Du musst aber deine Nummer trotzdem zu Ende performen. Ich bringe jede Nummer zu Ende. So, und als dritter Mirko, du bist Oliver Kahn, der in Zeitlupe sein Tor verteidigt. Ich dachte erst, ich hätte Pech. Schiedsrichter, 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 Schiedsrichter. Hallo. Hallo. Hast du meinen Schatten schon wieder gesehen? Ja, Baby Godzilla. Ja, genau. Baby Godzilla kam. So, Barbara. Wer mag wohl heute auf deine Party kommen? Ich weiß es nicht, ich bin sehr gespannt. Dann feier mal schön. So. Ach, herrlich, Mensch, hier sieht es ja noch aus auf dem Boden. Nichts gewischt. Oh, geht schon los. Hallo. Spielsatz und Sieg. Hi. Ja, tach. Tach, komm rein. Na, wie geht's? Scheiße. Was ist los? Das ist irgendwie, da ist zu wenig da, das ist irgendwie, das läuft noch nicht so ganz. Nee, aber entschuldige, ich habe hier Afrikola, ich habe eine Bohle gemacht. Drogen sind nicht erlaubt, das ist keine Sachen, die aufputschen. Ich habe Nudelsalat, Nudelsalat. Essen bitte erst nachher, ja, vorher, das ist bitte nur schwerer und dann kotzen mir die Leute übers Feld hier, das kann ich nicht sagen. Okay. Hab ich schon gehabt hier. Ja, vielleicht ein Wasser? Aber nur in der Pause, okay? Okay. Okay, da ist der nächste. Hi. Hi. Ja. Ja. Oh mein Gott. Du siehst gut aus. Ich weiß. Ist dir schlecht? Es kommt drauf an, was man so zu sehen kriegt. Wir werden dir bitte weiter auseinander gehen, ja, dass in der Mitte noch Platz ist, da muss noch was gespannt werden. Gerne. Ist eh die völlig falsche Gewichtsklasse, aber... Kennst du euch? Ach du Scheiße. Nicht, dass ich wüsste. Hallo. Hallo. Ihr müsst euch jetzt mal langsam entscheiden, spielt ihr nix oder einzeln? Nein. Jetzt mal ganz kurz, wir können ja gleich diese Kette bilden. Warum hältst du dir da was zu? Ja, weil ich glaube, er will nicht, dass der Schuss reingeht. Ich gehe mal kurz auf die Seite. Kann ich euch denn was zu trinken anbieten? Vielleicht? Das ist doch Scheiße. Hey, 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 hey. So, jetzt mal ganz langsam, ganz langsam. Jeder, stopp, so. Jeder geht jetzt erstmal in seiner Hitze, das ist doch unerträglich hier. Darf ich ganz kurz, bevor der anorektische Typ mir hier die ganze Wohnung vollkotzt? Moment, Moment, ich muss kurz sehen. 30 Love. Einmal ganz kurz, das ist ein Stripper, der offensichtlich versucht, seine Figur zu halten und sich deswegen ständig übergibt. Den Grund wusste ich nicht, aber du hast genug, das hier aus Kasach. Ja, ne? Tschüss. Bernhard ist, du bist ein sehr pingeliger Linienrichter oder ein Platzwart auf einem Tennisplatz, der die ganze Zeit die Regeln im Kopf hat. Hey, jetzt verdirb mir die Laune, was du hier machst, ehrlich. Warum? Weil das meine Aufgabe ist. Der eigentlich keine Bock auf das Stil hat. Ah, okay. So, und jetzt zu dir. Du bist ein Assi. So viel ist schon. Dann war ich überzeugt. Ja, ist schon leidlich. Wie schnell das ging. Du bist ein Assi. Du bist ein Lieberkart. Aber du bist ein Assi. Du bist ein Assi. Ja, aber du bist ein Assi. Ja, aber du bist ein Assi. Das war's toll. War's cool. Oh, hell.